Guten Tag, ich bin es euer MCMafix und hier eine sehr coole Aktion. Ich bin gerade im Internet über eine Seite, über die ich mich sehr lange geärgert habe, dass ich sie nicht in Deutschland gab, gestoppt bei Crunchyroll. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Seite, wo man Streams anschauen kann. Jeder, der irgendwie schon mal Animes geschaut hat, kennt das, dass eben alle natürlich, Japanisch sind alle gescheit. Und in gewissen, etwas nicht so legalen Subseiten werden die Sachen übersetzt mit Untertiteln. Und Crunchyroll ist immer eine legale Seite, wo man eben Geld zahlt und dafür eben die Streams sich anschauen kann. Legal, Leute, was will man mehr? Und Crunchyroll ist jetzt seit einem Monat in Deutschland hier angekommen. Und ich habe es voll verpeilt, dass es nicht in Deutschland angekommen ist, voll schlimm. Heute direkt mal drauf geschaut und heute im Forum habe ich was ganz cooles gesehen. Ich habe wirklich eine Sache angeschaut und das war voll schön. Und da steht jemand, dass er hier ein paar irgendwie von irgendeinem Veranstalt, ich weiß gar nicht woher, tut mir fast leid, dass er ein paar Keys versteckt zu einer kostenlosen Premium-Mitgliedschaft von Crunchyroll. Das heißt, dass ihr für drei Wochen, glaube ich, geht das. Drei Wochen, dass ihr da kostenlos was anschauen könnt. Dazu plus habt ihr eh nochmal 14 Tage kostenlos so. Das heißt, wenn ihr euch da anmeldet, habt ihr schon mal mehr als einen Monat, könnt ihr euch da kostenlos dann Crunchyroll anschauen, Leute. Schwingt euch hier an die Seite von Crunchyroll an den PC, meldet euch bei Crunchyroll an und schreibt dann vor, dass ihr so ein Key haben wollt, Leute. Ey, ich finde das eine coole Aktion. Wer wollte nicht schon immer mal Freytale legal anschauen? Als ob ich das nicht immer gemacht habe. Egal. Ich denke, das ist eine sehr coole Aktion, Leute. Und jetzt, wo ich endlich weiß, dass es ein Crunchyroll alles in Deutschland gibt. Ach, Leute. Das ist so wunderschön, Leute. Ich denke, das war es. Nur euch, Sophie, dazu, Leute. Und wie gesagt, schaut da rein, Leute. Das ist eine coole Aktion. Freue mich voll. Drei Wochen legal Freytale anschauen. Danach natürlich auch immer noch. Ich würde ja niemals... Darüber wollten wir jetzt lieber nicht reden. Ich war zumindest euer Demstmarfix und schaut vorbei. Auf Wiedersehen. Bye, bye.